Haha, das sieht ja cool aus, dieser Skin. Ist der nicht so sein Mann ihm? Sieht ein bisschen aus, als hätte er sich verbrannt. Und er hat eine stolze Null. Okay. Also diesmal bin ich mit jemand anderem unterwegs. Mal schauen, wie das läuft. Und wo wir abspringen. Nein. Ist das eine Markierung? Ah, okay. Down, down, down. So. Ich sehe hier keinen in der Nähe. Sollte relativ sicher sein, aber das sieht noch ruhiger aus. Dann lieber hier hin. Nehm es! Wechsel auf die Waffe. Alles gut, Tod? Ich bin nicht ein Feind. Nächster NPC. So, was habe ich alles? Äh... Hin und wieder mal lauschen, ob nicht irgendwo Schretter zu hören sind. So, ich glaube, hier unten ist nichts mehr. Das ist keine Shotgun, das ist eine meiner Lieblingswaffen. So. Wird langsam besser. Das ist ein Schildtrank. Flowerberry-Trank. Dauert eine Weile. Aber das lädt gut auf. Vorboten-Maschinenpistole. Klar, brauche ich nicht, oder? Ich habe genug. Drei verschiedene Waffen reichen erst mal. Wenn ich die jetzt noch später in einer besseren Qualität bekomme, umso besser. Habe ich hier alles mitgenommen? Hier oben. Ich glaube, ja. Gut. Dann will ich mal schauen, dass ich rübergehe zu den anderen und ihnen helfe. Wenn ich kann. Also, ich schlage mich grob in ihre Richtung durch. So. Äh... Was ist besser? Uh. Das oder ein Schild? Ich nehme mal... Ach, ich nehme mal eine Stimpack für Link mit. Ich hoffe, dass ich ihn werfen kann. Kann ich ihn werfen? Ich werde es rausfinden, wenn es so weit ist. Zunächst einmal muss ich lebendig bei ihm ankommen. Ein Auto wäre super. Ein Auto wäre super. Ich habe super. Ich denke, wir sind lieber eine Stimpack für die R Ich. Ich würde es versuchen, sie sehen, dass ich einen Schlagzeug zu machen. Also, ich habe nicht mehr, dass ich sie so weitest. Ich habe kein Auto. Gibt es hier irgendwo ein Auto? Motor oder irgendwas? Ich sehe nichts. Verflixt. Moment, 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 Moment. Oh Gott. Okay, oh. Die haben keine Lust. Ah, ich könnte den Bus nehmen, den Zug oder was auch immer. Kann ich da aufsteigen? Steige auf. Moment mal, wo ist Link? Das war ja übel. Das ist keine Waffe für mich. Das sieht doch besser aus. Aber wo ist die? Ach, die leben alle wieder. Dann ist ja gut. Oh Gott. Das war schlecht geschossen von mir. Wo ist der jetzt hin? Da ist der hin. Da habe ich nicht irgendwas mit mehr Ammo. Ich habe zu wenig... Ich habe vor allem zu wenig Zeit. Okay, jetzt darf ich nicht stehenbleiben. Okay, ich kann mit das... Das Aufliebensparen, glaube ich. Obwohl es natürlich gar nicht mal so schlecht lief. Ich hatte ein paar gute Bewegungen. Versuch nicht, mich zu retten, King Azad. Das ist deine Fiki. Okay, du bist ziemlich gut in Form eigentlich, aber ich komme da doch nie wieder lebend raus. Ach, du nimmst einfach meine Leiche mit. Oh, ihr seid echt Helden. Danke, Leute. Beide sind hingeflogen. Aber wo spawne ich? Ich muss in die Richtung. Schnell! Schnell! Und aus da. Wir müssen in erster Linie in Bewegung bleiben. Aber ich bin in ihnen im Moment leider mit meiner aktuellen Ausrüstung kaum eine Hilfe. Nicht, dass ich vorhin viel geholfen hätte. Ich muss da lang. Ich muss unbedingt weg vom Rand. Habe ich Zeit, um hier ein bisschen Ausrüstung zu nehmen? Ich hätte sie bitte nötig. Jedenfalls jemand, was liegen gelassen hat. Oh ja, das ist gut. Aber das bewegt mich schon wieder. Soll ich auf die Shotgun gehen? Ich habe keine Zeit, um Waffen hinzusammeln. Das ist gut. Nehme ich gerne. Was war das? Oh ja. Oh ja. Äh. Keine Ahnung. So. Weg, 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 weg. Ich muss weiter. Oh, ich bin zu langsam. Ich bin zu langsam. Eine halb ekspassable Waffe, aber mit zu wenig Hammer. Habe ich da nicht jemanden gesehen? Etwas Bewegung auf der anderen Seite? Oder war das ein Fisch? Ich habe ein bisschen Angst. Wahrscheinlich waren das Fische. Hoffentlich waren das Fische. Angelrouten. Und... Oh, ich muss rennen. Ich muss immer noch rennen. Keine Zeit für Sightseeing. Aber zumindest konnte ich ein bisschen meine Ausrüstung verbessern. Aber ich kämpfe hier echt gegen die Zeit. Was war das? Ihr seid da drüben. Das ist gut. Mal schauen, ob ich zu euch aufschließen kann. Wie ist er da hochgekommen? Gibt es da was umsonst? Oh, allem voran wird er geschossen. Das ist nicht ganz so gut. Ach, so kommt man da hoch. Kann ich Ihnen helfen? Ich versuch's mal. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Wo sind sie? Ich hörte doch noch Schritte. Cut, 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 cut. Ich glaube, das war der letzte. Oh. Naja. Wie soll ich die jetzt retten? Hey. Hey. Ich wusste nicht, was ich... Hätte ich sie einfach sterben lassen sollen und versuchen sollen, mein Glück zu... Ach, zurück zur Lobby. Ich habe sie sucht. Sorry. Das ist halt das Problem, wenn man sich nicht miteinander unterhält. Da wusste ich nicht, ob ich einfach weiterziehen sollte. Ach ja, ich bin raus für heute.